Hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT. Mit dabei ist der Mr. Wanwa. Hallöchen. Der Reaper. Wuhu. Der Generous Nay mit einem 280er Ping. Hanko Schengika. Und die Navorka. Hallo. Oh mein Gott. Und vorgestellt hat's Echse. Ein Wanwa. Präsentiert von ihrem Echse. Und hier ist ein Sattel. Den Diegelhändler ihres Vertrauens. Was machen wir da? Stimmt. Wir sammeln Dinge. Ähm, Swordoffs kann man hier schon mal nicht kriegen. Stimmt, die kann man nicht mit dem Magneto bewegen. Ja, das ist kacke. Ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Es gibt ja die normale Shotgun. Hallo Mr. Wanwa. Ja, die hab ich auch noch nicht von. Die hab immer nur ne Autosniper. Ey, Reaper hat mir grad ne Bombe angebaut. Angebaut? Angebaut. Da ist Reaper der eine. Traitor. Ich doch. Doch. Erlaub zu schießen. Stirb. Ich will nicht, dass du abdrückst. Nein. Reaper hat uns abgedrückt. Oh Gott, das ist so schlimm. Okay, das klingt falsch. Oh. Zwei Leichen. Ich bin das hier. Wer ist das? Das ist das? Ach, der ist tot. Ach, der ist tot. Okay. Ach, der ist tot. Dann ist einer von euch Tee. Wieso? Nee, ist es. Nee, ist es so was vor. Ja, das würde ich jetzt auch behaupten. So was vor. Ich bin Lorbeer Tee. Ich bin Lorbeer Tee. Ich bin Lorbeer Tee. Lorbeer Tee? Alter. Ich hab keinen Schuss gehört schonmal. Also du hast ihn, wenn er nicht ist. Wo gibt's denn jemanden? Ja, aber jetzt hast du den Schuss. Äh, nein. Oh, komm. Mann, Mann, Mann. Mit Ansage. Was ist das was? Ja. Ich komm noch nicht rein. Au. Vielleicht spür für dich, Mann, wo ich sterbe, ich weiß, Mann selbst. Ja, ich versuch's auch. Da, 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 da. Oh, Felsen, Stein, Wasser. Eingang. Hast du jetzt doch was dafür tun? Ah, schade. Du hast noch ein bisschen Zeit. Snell. Oh, hier geht's noch unten. Oh, ist das schön. Ey, passt doch schön zur Weihnachtszeit. Oh, Tandembaum. Oh, Tandembaum. Wie grüße deine Blätter. Du blinkst in Regenburgfarben. Und hast ein paar Fässer hier. Oh. Oh. Oh, dann chillt es auch noch. Exit. Oh, ich verkleide mich hier. Geschenk. Hat das. Was. Oh. Oh. Ich will den Tandembaum nochmal sehen. Ich will hier rein. An dich. Schade eigentlich. Äh. Wo bist du aber? Wo ich bin? Boah, das wüsste ich auch gerne. Komm zum Tandembaum. Das Ding mal. Na, auf jeden Fall. Weiß ich auch wo der Tandembaum ist. Da kann man nicht aufgehen. Ey, da ist ein Boot. Was ist das? Boah, kann man nicht fahren. Ach, das ist das Ding wieder. Ehh. Ehh. Es geht nicht. Es ist wunderbar. Kann man nicht fahren. Aber schade. Der Atman aus dem Jenseits fragt. Soll ich wann waporken? Ach, der füllt's runter. So geht's auch. Hat's erledigt. Was ist denn jetzt passiert? Guck mal hier. Das Baby ist exkludiert, oder? Ach, das... Was? Da war ein Baby, das ist exkludiert. Ja, war das... Guck dir Stay an. Guck dir Stay an. Seinen Tandembaum. Oh du dann immer auch. Okay. Wie kommt man da hin? Aber warte was. Du warst in einer völlig anderen Ecke der Map, waren wir. Ja, das habe ich auch gemerkt. Ja, du bist aber dann wieder dahin gegangen, wo Snake überhaupt nie sein konnte. Ja, wieso? Du kommst durch einen Teleporter kommst du dahin. Ich weiß ja nicht, wo der ist. Da ist so ein Loch, wo ein Pfeil runter zeigt und da wirst du hingefordert. Also ich habe jetzt... Mein Aufnahmeprogramm sagt 5 Minuten. Diese Karte hat etwa 10 Minuten gespielt. Wann war was für eine Waffe aus? Ich habe eine USB und eine Farmers. Ist das eine gute Wahl? Finde ich nicht. Das ist doch wunderschön. Ist ja eine Waffe. Ey, warte mal. Hier ist ein Kontrollraum. Kommen wir den Raum öffnen? Ich finde, mit dieser Wahl kann ich sie viel besser töten. Öffne das Tor. Öffne das Tor. WTF? Da hat jemand einen Flopper, oder? Ne, da hat jemand einen Deadwinger. Es hört sich nach Flopper an. Habe ich gehört. Da ist der Leiste. Da ist der Leiste. Da ist der Leiste. Ich habe Explosionen gehört. Was ist das denn? Es ist ein Loch im Boden. Wie ist da aber denn gestorben? Ja ne, und ich dachte jetzt mal so... Durch die T-Falle. Durch eine T-Falle. T... Explosionen. Durch Explosionen auf jeden Fall. Wer ist da? Das ist der General. Ja, hier sind alle gerade extra. Wo hast du die Shotgun gefunden? Im Schrank. Okay. Hier die... Wow! Habe ich überlebt meine Dame. Was ist da gerade abgegangen? Alter! Das ist hinter mir abgegangen. Er hat jemand auf mich gefeuert. Reaper ist es. Okay. Oh, wir verbrennen ihn da. Lässt mir noch einen. Lässt mir noch einen, bitte. Och komm, bitte. Lass dich vor. Wenn du weißt wo der ist. Nein, 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 nein! Weg da weg, das Baby! Das Baby! Ja, schnapp sie dir! Schnapp sie dir! Gott, der geht schon im Ohr. Der ist da hin. Ich habe keine Credits mehr, um den da raus zu holen. Weg da, das Baby kommt auf dich zu! Geh da weg! Are you, Baby? Wow! Ey, da ist der ein Deathringer, also echt. Lass mich jetzt vor! Boah, ein HP noch! Kann es sein, dass das Baby kommt und eine Leiche da rein tut? Nein, das ist... Das ist ne Hand. Ja. Manu. Wieso aktiviert ihr die Falle denn überhaupt? Wieso aktiviert ihr die Falle denn überhaupt? Weil ich nicht gewusst habe, was ist für ne Falle. Weil ich fand die Falle irgendwie immer lustig. Komm Baby amarschiert. Hehehe. Weißt du wie gemein das ist? Alter! Erwöhne ich mich jetzt aber auch schon im Freeround gegen wehren. Das ist ja ganz schlimm. Du hast ne verbackten Skin übrigens. Du hast gleich gar keinen Skin mehr. Oh, jetzt hast du einen Normalen. Okay. Gute Menschen haben aber auch einen Skin. Navuka Act suspicious hat Snail gesagt. Der schießt. Der ist böse. Wer ist du? Snail oder Navuka? Ne, Reaper. Oh! Oh! Das ist eine Cola Dose. Die bewegt sich. Ist das hier Popband? Äh, was passiert jetzt hier? Ey, ich back rum! Äh, was backst du denn? Plätzchen? Kuchen? Plätzchen! Hehehehe. Weihnachten! Jetzt zum Weihnachten! Wenn ich tot bin, ist es extra Nummer so gut im Eier gesagt. Ich bin nicht mehr in der Nähe. Du bist doch weggegangen. Ne, doch. Du bist doch weggegangen. Hm, Reaper. Das ist sehr verdächtig. Denk Reaper ist es. Vielleicht. Du wärst schon längst tot. Du hast mir meine Deagle geklaut. Vielleicht wartest du nur auf den richtigen Moment. Nö. Du wärst schon längst tot. Möglich. Wenn du meinst. Ist das? Ja. Ist das möglich? Wer ist da? Der General. Hallo, der General. Was haben Sie hier vor? Ich suche gerade den Teleporter. Der ist nicht hier. Der ist nicht hier. Ich komm mit. Wir gehen zum Weihnachtsbaum. Kommen Sie mit. Wo sind Sie? Wo sind Sie? Reaper hat geschossen. Ich bin hier wieder aufgegangen. Womit denn? Ich hab ne Pistol. Wir gehen zum Weihnachtsbaum. Wo ist denn ein Weihnachtsbaum? Weihnachtsbaum. Wo ging es hier nochmal hin? Zum Weihnachtsbaum. Irgendwo hier lang, glaub ich. Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Hier war es hier. Hier war es hier. Oh hallo. Ja hier ist weiß, glaub ich, nix. Hä. Ich glaub hier ging's lang, oder? Kann das sein? Überstell dich mal rein. Keine Ahnung. Ich denk gar nicht dran. Kannst du dich da reinstellen? Huch. Sorry. Hey. Das war ein ungewollter Schuss. Melonenliebe vor der Tür. Ja ich wollt grad sagen, da war ein komisches Geräusch. Ja, Wann war ein Geschoss. Oh. Das war jetzt, hä? Hörst du mir. Hä? Hier ist ein Tannenbaum. Oh, du schneidest hanno eine Sau. Ah, nein. Wann war das? Du bist mit in den Stay Schuss reingelaufen. In deinen letzten Schuss bist du voll reingelaufen. Hast da einen Shotguns hier glaub ich. Och, jetzt ist der Tannenbaum. Ja. Ich war relativ kaputt schon. Ja, du bist auf volle Kanne reingelaufen, er hat die ganze Zeit auf eine Stelle geschossen und dann bist du nicht genau. Ja gut, das sehe ich ja nicht, wenn er jetzt nicht gerade so einen Laser-Pointer hat. Aber du bist perfekt reingelaufen, dass Snail deinen Kopf getroffen hat. Ja, ja, ich wollte ihm helfen, damit er auch mal einen Kill macht. Okay, du stirbst nicht gleich. Okay? Okay. Du weißt, was mit dir passiert waren, wa? Ja, ich weiß. Du hast schon einen Snail getötet. Dadadadaaaaa. Hast du einen Digel gefunden? Wechsel! Nee, du bist nicht mein Target. Wo ist der Mann, wa? Äh, der ist ja bei mir, wenn du ihn umbringen willst. Auch wenn du nicht mehr Kollege bist, aber... Oh, nö! Mann, hier ist ja irgendwo eine Digel! Ich hab sie doch erwischt. Ey, da hat wer geschossen! General, haben sie geschossen! Der Mann war erst hier drinnen. Nein, das war nach Europa. Wo ist der? Der ist hier drinnen! Der ist hier drinnen! Der war hier hinten! Ja, warum? Weg hier, weg hier! Der war hier hinten drinnen! Hier hinten! Hier hinten irgendwo war! Da hat er eine Dragon Deagle! Hier war der! Äh, das war... Dragon Deagle! Also es war schon mal nicht Navo und Reaper! Äh, nicht Navo und Reaper! Nicht Navo und Snail! Ne, also muss... Wann war der Reaper sein! Die Beinen sind auf dem Ort und sich gegenseitig! Was ist das hier eigentlich für eine Kiste, die Geräusche macht? Es ist eine, äh, höllische Kiste! Macht Geräusche! Eine höllische Kiste! Die Kiste aus der Hölle! Eine höllische Kiste! 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 Kiste Schmidt, es ist eine höllische Kiste! Kiste? Die Sohn hier, äh... Eine Diegel! Oh, da gibt's hier schöne Waffen im Angebot! Sind ja auch relativ billig! Oh, da liegt einer! Kann man hier unten laufen? Da hinten schießt einer! Ja, ich schieß aufs Regal! Weil ich die Diegel will, aber die... Auf ne, die Regal? Aggression gegen das Regal! Ey, Mann! Willst du mal hier rauskommen, Diegel? Diegel! Äh, da flog eine andere Waffe! Oh, guck mal, Blumen! Ne, ich hab ne Glock aufgesammelt! Die Glock ist größer! So! Vorsicht, sonst hältst du! Ich hab sie! Ich hab sie! Ich hab sie! Jawoll! Jawoll, ich hab sie! Er hat sie! Ist das nicht toll! Engelisch! Wer ist denn da draußen? Ehe? Alter! Kann man das Glas kaputt... Ey, man kann das Glas kaputt machen! Ist das nice! Das ist cool! Oh, das ist eine Schnur! Ah, da wurde kein Schiss! Eine Schnur! Hey, da ist ein Leiter! Ein Leiter, ja! Hallo, wann war? Hallo! Ging's nicht hier lang? Nee, keine Ahnung! Wo ging's? Hast du ne Ahnung, wo's dir nach oben ging? Da hinten irgendwo ne Treppe! Au! Ähm! Ach genau, wir mussten ja nach oben! Hi! Was ist denn los bei euch? Ich such den Weihnachtsbaum jetzt! Ich bin auch untergefallen! Aua! Weihnachtsbaum! Da stirbt da ja gleich schon jemand! Hast du's geschafft? Den Tannenbaum! Also ich bin da oben! Nein! Ich falle! Auf der Suche nach dem Tannenbaum! Hallo! Echse! Hallo! Alter! Also ich hab schon ne schöne Nordmantanne! Eine Nordmantanne! Eine Nordmantanne! Was ist denn das? Nordmantanne! Was ist denn das? Die schönen Weihnachtsbäume! Achso! Weihnachtsbaum! Ein wundervoller Weihnachtsbaum! Ich mag die Nordmantanne nicht so gern! Ne! Lieber Rotmacher! Ich find die Stelle! Ne! Die Blautannen mag ich lieber! Die sind hübscher! Die duften so schön! Ja genau! Und außerdem halten sie Hunde vom Tannenbaum fern! Ey! Was haben sie da? Ne! Das ist ne normale Waffe! Das ist auf jeden Fall ne T-Waffe, die ich hier hab! Womit ich öffentlich umlaufe! Okay! Deswegen schieß... Ich schieß in die Luft! Reaper? Wolltest du gerade Reaper sagen? Nein! Ich wollte... Ah! Echse! Oh! Wofür schreie ich eigentlich noch Echse? Das hat keiner gehört! Deswegen! Ja das war echt... Weil alle in dem Moment gesprochen haben! Das hat wirklich keiner gehört! Es hat nur du geredet! Ne! Nur du hast es gesprochen! Es haben alle geredet! Es haben alle geredet! Ich hab's auch nicht verstanden! Ich hab's auch nur ganz leise gehört! Dass du meinen Namen gesagt hast! Mhm! Ich hab's auch gehört! Echt? Wir haben alle im selben Moment gesprochen! Deswegen... Hätt ich's meiner auch nicht gehört! Merkwürdige Zeitverzögerung! Interessant! Das ist sonderbar! Interesting! Very sonderbar! Geil-i-Leo-Mystery! Geil-i-Leo! 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 Ja Rippa, suchen sie sich grad ne Waffe aus! Scheißteile! Geil-i-Leo-Mystery! Geil-i-Leo-Mystery! Hier ist ja gar nichts bei! Wo ist nichts bei? Ja! In dem Schrank da! Eine Waffe! Möchtest du eine Double Barrel? Ne, dann nehme ich lieber in der Tür! Ne, ist keine gute Waffe! Ähm, da geht's glaub ich nicht weiter! Oder? Geht's da weiter? Doch, doch! Echt? Ja klar! Hä, ist da nicht ne Sackgasse da oben? Ja klar! Aber bis zur Sackgasse geht's weiter! Ja klar! Hm, bis zur Sackgasse geht's weiter! Was ne Aussage! Ja normalerweise geht's bis zur Unendlichkeit und viel weiter also! Ne, warte! Ach, du bist da oben wann war! Ich dachte mir, ich versuche mal auf den Baum hier zu springen! Geht das? Oh ja! Du lebst! Du lebst! Ja meine ich ja! Echsen! Bravo! 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 Oh fuck! Mit meinem letzten Schuss! Ich fass es nicht! Konfirma! Alles klar! Dann mal los ihr beiden! Wieso schießt der nicht zurück? Wieso schießt der nicht zurück? Wieso schießt der nicht? Wieso schießt der nicht? Was ist der nicht? Aber man, ich hab halt gedacht, ich hätte ein Messer werfen sollen einfach! Das wäre witziger gewesen! Warte, ein Navo war konfirmt! Wann war tot? Exit tot? Ich hab Navo... Schießt nicht zurück! Ich hab... Ich hab halt gedacht, komm mein Target springt da schon runter! Ich wollte eigentlich... Warte mal runter springen! Aber dann bist du schon gesprungen, dann wollte ich nicht mehr hinterher springen! Ist zu riskant! Ach, das war nicht riskant! Ich hab ja überlebt! Wieso? Als Traitor ist es riskant! Ach, wieso? Wenn man überlebt! Traitor musst du immer davon... Ja, aber Schaden kriegen, ne? Und dann hätten aber auf dem Schloss... Von oben hätte er ne beste Position gehabt! Gott, soll ich das tun oder soll ich es nicht tun? Das wäre die Frage! Tu es gar nichts! Du tue es gar nicht! Nee, ich tue es lieber nicht! Tu alles! Ach, das ist ein Befehl von... Wieso habe ich ein 118er Ping, obwohl ich ein LAN-Kabel habe! Ja, ne? Warte, du hast jetzt einen LAN-Kabel! Frag doch mal SNAE! Ja, hab ich! Krass! Ist ja ein bisschen merkwürdig! Ich nehm zwar ein 60er PS auf, aber... Alter, wer ballert denn hier rum? Ich hör hier noch gar keine Schüsse! Haben sie auch keine Schüsse! Hm! Was ist, äh... Oh, ich hab nen Backofen gefunden! Einbildung! Das ist bestimmt gesund, wenn man da reingeht! Nee, das ist Zweibildung! Oh, Zweibildung ist natürlich schon, äh... Hm! Dann wirst du zweimal gebildet! Immer noch besser als einmal! Hey, warte mal! War ja nicht... Dreimal gebildet ist auch in Ordnung, denk ich! Warte mal! Ich hab nicht meine Waffe! Ja, klar! Äh! Du standst in der Sackgasse mit dem Rücken zur Wand! Ja! Und hast gar nichts gemacht, dass... Also, sorry... Ja, er hat noch nicht mal ne Waffe! Da stellt man sich wirklich bebrückt! Aber das ist sicherer! Ihr seid also beide, okay? Ja, in der Ecke war aber nicht mal ne Waffe! Gab's keine Waffe in der Ecke! Deswegen ja! Also, sorry! Wann war ist du 99,99% Trailer? Ich drück nur nicht ab, weil's... Hey, mich wollte einer mit einer... Kein 100% überweist ist! Wie gesagt, hätt ich ne Waffe, dann hättest du mich gerne abschießen können! Ich bin aber so... Ich war ja nur auf der Suche nach einer Verteidigungsmöglichkeit! Wann weiß du 99,99% Trailer? Ich würd sagen, Wann war ein Reaper sind's, wenn du schon ein Snails gleich gefunden hast! Oh nein! Oh! Oh nein! Oh! 19 seconds! Och nee! Ernsthaft! Wenn das jetzt dein Ernst ist? Och komm, das war ein so schöner Headshot! Komm, Wann war... Was denn? Wenn das... Wenn du jetzt echt ein Fate hast... Och komm! Ich hab eh nur 50 Leben! Der hat doch eh bestimmt kein Fate, oder? Du hast doch nie im Leben bei 5 Leuten ein Fate! Warum nicht? Das ist personenunabhängig sogar, finde ich mehr... Woa! Wenn's weniger sind! Sehr schön! Ja, toll! Da unten sind Raketenwerfer! Ja, da hab ich doch alles was ich... Wann, warte mal, ich dachte gerade echt... Hoffentlich spielt der jetzt nicht auf Zeitz! Wieso soll ich auf Zeitz spielen? Das wäre langweilig! Ich weiß noch, wo Wann war! Ich wollte Wann mal töten! Ja! Aber wegen den 19 Sekunden, die ich genannt hab! Das Relo geht hoch! Ich bin fasziniert! Wer hat ne Logitech? Was? Ein Relo geht hoch! Achso! Wieso kriegt die Kack-Waffe hier nicht? Immer diese Gamer! Ja! Gamer! Cola saufen! Ganz schlechte Kombination! Besonders beim Aufnehmen! Ja! Man rülpst einfach mal voll ins Mikro! Ich will keine AR, ich will ne Shotgun! Oh Gott! Oh, Apropos ne! Gamer und Getränke! Gibt's hier ne Diegel? Gibt's hier ne Diegel? Hallo, wer ist das hier? Wann war? Hast du hier ne Diegel gefunden? Nee! Ich war gestern in so ner Bar! Also im echten Leben! Kann man das kaufen? War ziemlich witzig! Denn da gab's so ne riesen Tafel mit Namen drauf! Für Getränke, für Cocktails! Und du hattest halt keine Ahnung was das ist! Und da waren da so Cocktails bei wie Half-Life, wie Doverkin, alles mögliche! 42, Falcon Punch! Nein! Mit irgendwelchen Filmen und Spielen! War richtig awesome! 42 sagt mir jetzt allerdings gerade nichts! Die Antwort auf das Leben, das Universum und allem! Äh, 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 ja, hast schon recht! Per Anhalter durch die Galaxis! Äh, äh, ey! Also der, der da drin ist, ist übrigens ein T-Rau! Was zur Hölle tut ihr? Extra hat sich dematerialisiert, würde ich mal behaupten! Au! Nicht in meinem Rücken! Ich glaube ich muss extra schießen! Der ist ja in den T-Raum gegangen! Ja! Oh mein Gott! Das war gerade echt so genial! Das erste Mal seit langem, dass ich das Ding verwendet habe! Und das hat echt Spaß gemacht! Auf jeden Fall war diese Bar sehr lustig! Und dann hatte ich einen Minecraft! Und der war einfach grün! Sieht natürlich nicht sehr delicious aus! Was? War das gerade echt ne Banane? Was tue ich denn? Ja, jetzt ist es gut! Nein! Hä? Sehr schön! Wann ist Snae denn gestorben? Äh, deutsche Telefalle! Oh Snae! Mit den Fassen! Ich bin davon ausgegangen, dass Snae noch lebt! Der Teleporter war echt so nice benutzt! Ich steig glaube ich vor, wann war und hab mich weggeportet oder? Jaja! Und ich dachte halt du bist durch so ein Teleporter Dings gegangen! Ne! Ich hab einen Teleporter verwendet! Mal wie! Und dann hab ich mich weggeportet und bin direkt neben Navo aufgetaucht! Das wäre echt so genial! Navo war zufällig mein zweites Target! Na gut, hättest es ja eh nen Freekill gehabt, ne? Ja, aber trotzdem! Wenn man schon ein zweites Target hat dann! Ja! Malcher Shotgun! Dann töltet man auch eher das zweite Target als indem man das Freekill hat! Wie war das jetzt eigentlich? Gibt es einen Unterschied zwischen der M3 S90 und der FAM? Aber Reaper, wie sagst du denn? Du hast auf mich geschossen! Weil du auf mich geballert hast oder? Besser gesagt ich hab von irgendwoher Schaden bekommen und dachte das wärs du! Ich, ich bin Wardshot weggemacht eigentlich! Wow! Das ist auch gerade explizit, ne? Ah ne ist nur... Ich wurde gerade voll weggeschleudert wie jetzt erst irgendwas... Ich dachte das wär ein explizites Fassen ey! Ich hab ein explizites Fassen, ey! Ich hab ein explizites Fassen mit mir noch gejagt! Achso! So kommt jetzt in den Backofen rein! Hallo Navo! Schön geschockt! Nein! Ich war da drin und hab mich umgeguckt! Hier ist nämlich der Ofen drin! Achso! Da sollten keine Personen reingehen, das ist ungesund! Warum, wenn ich sterbe, ist es irgendwer, keine Ahnung! Sehen wir dann! Ich find diese Genauigkeit ist auf jeden Fall... Ich bin tot! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich glaub er ist tot! Meinst du? Ich weiß nicht! Du bist da eigentlich nicht weshalb! Oder Herr Schauspieler! Ohaha! Weepa! Was denn? Das hat mir... Mir haben wir grad einen langen Streckenflug gegeben! Hier kriegst du noch einen! Ja... Ja... Ne... Ne... Da war nix! Huch! Ich dachte das wär kurz ne... Ähm... Zauber gewesen! Jetzt ist runtergefallen! Scheißgranate! Hm... Wenn du jetzt schießt man... Wann war? Du hattest doch gerade irgendwas Traitor-like in der Hand, oder? Nö... Ich hab hier nix! Du lachst schon so! Du bist doch sowas von Traitor! Kann man hier... Oh! Meine Waffe! Hier ist... Ja hier ist nix! Würde ich mal behaupten! Kannst gerne rein! Ich geh auf den Weg! Ja klar! Ich achte... Ich achte ganz genau! Du bist sowas von Tee! Ist das so? Ja klar! Jetzt aktivierst du gleich die Pfanne, dann kommt hinter mir das Baby angelaufen! Ja, aber stimmt! Du hast recht! Ja, Alter, Tore! Du... Du Arsch! Schal, ich wollte dich die Treppe hochlocken! Zuerst hätte ich gedacht, Fieber ist, aber dann war's doch klar, dass es von der Art der Weh gesprochen hat! Aber... Du hast nur ne Pump Shotgun in der Hand also! Naja... Die ganze Zeit... Das sah irgendwas zwischendrin sah komisch aus! Ja, das war... Die ganze Zeit Pump! Ach, jetzt weiß ich was du mit die Rolle angehen hoch meinst! Na wo! Wuh! Diegel! Nice! Komische Dinge geschehen hier bevor die Runde anfängt! Ja, sehr, sehr komische Dinge! Sehr merkwürdig! Nichts normal! Wo musst du denn jetzt hin? Ach so, Runze! Was? Die Shotgun die hier grad durch die Gegend geflogen ist, musst du denn hin? Wahnsinn, dieser Shotgun! Mhhh... Snail! War ein Bart geschoppt! War ein Bart geschoppt! War ein Bart geschoppt! War ein Bart geschoppt! Also wenn... Also wenn du... Also wenn du mich kennst... Du stand schon... Du... Du hast den Snake getanzt! Ja, also wenn du mich kennst, wüsstest du, dass ich nicht in der... 0,14 hoch 10 mal minus... Okay... Das war... Das war 10 Sekunden nach Runden... Oh! Oh! Okay! Aua! Das... War sonderbar! Das ist doch weh! Dafür gibt's ne Izzy-Party! Ne, ich stand hier einfach so... Da kamen diese Dinger, ich wär da fast reingelaufen! Mhm! Gut, er hat's nicht geschafft, die Izzy zu legen! Ne, lebst du noch? Äh, ne! Das tut er nicht! Oh, wie ist er denn? Back! Schade! Hey, ich hab noch ein paar Spielzeuge! Warte auf mich! Wo ist er denn? Ja! Dahinten! Da durch! Oh, Mann! 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 Ist das richtig da? Ach, falsche Taste! Verdammt! Mann! 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 Verschwöhn die ganze Zeit mit R hoch und dass ihm auch kein Feuer fliegt! Dabei hast du ein Doppel-Schwuch verwendet! Also, ein doppel-so-hoch-Schwuch! Ne, ich hab mich grad kurz gewinnert, hä? Ja, die war hinter dir, weißt du, ich werf die Bananenbombe voll in die falsche Richtung. Also bei mir war sie in dem Gang auf jeden Fall. Ja, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Und dann einmal im Kreis gelaufen, da war sie hinter der Scheibe. Ja gut, das kann ich ja nicht wissen, ich hab hier keine Augen im Kopf rücken. Hallo, du kannst durch die Scheibe durchsehen oder siehst du den... Hast du meine Kamera gesehen, dass ich dich nicht in diese Scheibe gesehen habe? Du musst doch nicht in die Scheibe gucken, musst du durch die Scheibe gucken. Das war mein guter Kind. Also ich geh zum Tannenbaum, wer kommt mit? Kommst du mit? Oh ja, ich komm mit, damit ich weiß, wo der ist. Ich komm mit, 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 warte, warte. Ich will hier gerne mal raus. Snell, könnten Sie mich bitte rauslassen? Warte, warte, hier, äh, ich bin schon unten. Hallo, Axel, geh mal aus der Optik. Ja, ich geh aus der Optik, ich komm mit. Ich geh zum Tannenbaum, zum Tannenbaum. Hilfe. Was hast du denn vor? Tannenbaum muss mit Liebe sein. Ich bin eingeschwert. Wo bist du eingeschwert? Wo? Ich glaube, hier bei diesen Dings da zum Tannenbaum. Ich komm mit dir raus. Ja, warte, 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 ich, ich, ich finde dich schon. Keine Sorge, keine Bange. Hm, Axel ist Tee. Wieso? Ich finde dich schon. Ich hab gesagt, ich rette ihn. Ja, klar. Ey, Axel ist sowas von Traitor. Hier beim Tannenbaum, ich hab, wann waren wir rettet? Ja, beim Tannenbaum, genau. Warte, ich spring hier runter und du wartest, bis ich unten bin und dann kommst du nach. So, ich bin sofort hinterher, dann killst du einen Traitor. Los, spring! Darf ich? Spring! Der Tannenbaum ist doch schön, oder? Ja, wunderbar. Kann man. Kann man halt Somnay machen. Exit. Oh, das ist der Exit hier. Erstmal auf Holstadt, dann haben wir Somnay. Perfekt. Der weltberühmte Exit. Hab hier irgendwas gedrückt? Ist das auch so ein Let's Player? Der Enhanced Exit. Exit. Exit LP. Kann's doch bestimmt geben, oder? Bestimmt. Das kann ich mir vorstellen. Was ist das hier? Ich hab irgendwas gedrückt. Exit. Okay, Exit. Exit. Mhm. Oh, dann nutze ich das hier mal wieder. Hey, das ist auch ne... Was möchte der Inno-Exit dann benutzen? Finde ich. Äh, irgendwann. Was? Ne, lebst du noch? Der ist beim Tannenbaum, oder? Wollte auch zum Tannenbaum, aber ich bin riesig fett umkreis gelaufen. Was ist das denn hier? Warum komm ich hier nicht? Ich will da rein tauchen. Muss Luft holen. Bist du bei Wasser? Ich dachte da wäre Wasser. Na wo bist du im Wasser? Ja. Ach. Entweder will ich da jetzt durchtauchen oder ich will hier wieder raus. Na wo? Komm doch mal zu mir. Ähm, sie ist im Wasser. Was heißt im Wasser? Irgendwo. Ach, ich kann nicht mehr sagen. Oder ist sie da beim Tannenbaum? Ich wäre gerne beim Tannenbaum. Ach sie ist nicht. What? Okay. Ich dachte sie wäre bei der Brücke. Ich komme hier nicht mehr so einfach raus. Ey, was ist mit dir passiert? Ja das war... Ich bin in einem Schlafsaal irgendwie. Aber ich werde mich wehren wenn ihr kommt. Finde ich gut. Sollte jeder die Chance haben sich wehren zu können. Mhm. Ich komme mir nur irgendwie nicht so leicht wieder. Danke. Dankeschön. Weit weg teleportiert? Die Stimme aus dem Jenseits sagt, ich habe sie zwei Meter vor teleportiert. Über die Schwelle über die nicht rüber kam. Ähm, dann musst du runterklettern. Respekt. Bei der Leiter glaube ich. Glaub ich. Bin ich richtig? Mhm. Ich glaube ja mal nicht. Ich glaube irgendwie auch nicht. Ich bin jetzt wieder da wo wir immer sind. Ach bei den Fluren. Mhm. Hä was, wo warst du bitte? Verdammt ich bin hier falsch. Komm, waren wir beide fertig. Wir haben nicht viel Zeit. Mhm. Ich habe die ganze Zeit meinen Radarblick gehabt und hab gedacht sie wäre völlig woanders. Hä? Haben die die aus... die Gänge hier verändert? Ja. Aber ich bin fast... Warte du musst da runter irgendwo. Oben. Du musst runter. Warte dann geh ich hoch. Warte mal ich will... Ach hier. Die kommt. Oh. Ich schieße so gut. Verteidige dich. Ich hab dich gesehen Exo. Hallo. Komm hoch. Mann. Kommst du. Mensch. Jawoll. In slow motion. Ah. Ich weiß nicht. Ist sie gestorben durch das Feld oder durch dich? Das war ziemlich knapp. Müsste da unten stehen. Jetzt ist erst das Feld. Ja mit euch mein Feld. Ich hab extra... Deswegen hab ich extra schlecht geschossen. Oh. Ich schieße so gut. Dass sie mich extra besiegt. In den Traitor-Chance reinschreiben, dass du ein Feld hast und entschuldigt fürs Game. Immer diese müden Menschen. Die dich jetzt auszusehen umgebracht haben. Durch irgendwas. Keine Ahnung. Unversicht. Ein Querschläger. In den Traitor-Chance reinschreiben. Entweder Fade oder M für die Märtyrer-Granate. Ja ich dachte so der Feld wäre in dieser Situation jetzt nicht so wichtig gewesen. Ich bin irgendwo, ich dachte das wär so ein Fahrstuhl sag ich mal wo Wasser unten ist. Aber war kein Wasser unten. Elxa hat auf mich geschossen. Hab ich nicht. So mit Kabeln? So ein grüner Gang? Ja ja genau. Da kannst du an den Kabeln rumklettern. Ja hab ich beim Hochgehen gemerkt. Ja. Soll ich dich da raus holen? Wann war Schoppt? Wann war Schoppt? Wann war Schoppt? Wann war Schoppt? Nee ich bin gerade hier bei... Ja klar du Schoppt. Dann erschieß mich doch. Ich war bei Instant Buttons, da hatte ich irgendeine Security Warnung. Das ist der Trend. Das ist der Trend. Das ist der Trend. Nein nein das wäre ein Indocill. Ja ja ja. Guck mal diese Indocills. Hm. Guck mal diese Indocills. Ja wir sind Traitor. Glaub uns nicht. Wieso? Glaub uns. Weil beide sich so darüber aufgeregt haben. Von wegen Indocill und so. Ja wir haben uns gar nicht drüber aufgeregt. Nö. Das brauch ich nicht aufgeregt. Ja, reitet euch weiter rein! Glaub eher dass du mir einen... Aber dann auch mir ein richtigen Hafflinger. Tada. Ja und ich hab für dir gleich. Ja ich hab für mich gleich. Und da hab ich den Kopfnot angepumpt. Gebt hin. Oh oh. Oh oh. Komm zu mir. Komm man mal. Hab dich lieb. Komm her! Nein, ich will gegen's kuscheln. Ich bin tot, nein. Jetzt waren wir mitgetürnt. Hab ich nämlich. Stimmt, wir sollen zwar... Scheiß, sind wir wirklich... Sind wir wirklich Navo und Slay? Navo, es ist Exo. Ey, das sind ja wirklich... ...nach... Nee. Navo. Es ist Exo. Der Navo! Nein, stirbt! Geht bald, stirbt! Nein! Menno! Ja, da haben wir 2.54 gelegt. Nee und ich. Ich hab auch mal... Ich hab auch die selben Idee. Das ist so geil. Komm her, Mann! Komm her, er hat mich wie ein Baum! Und auch... Was haben wir für die Zeit? Keine Ahnung. Äh, wir sind gerade bei 35 nur. Oh ja, ich hab nur. Letzte Runde! Letzte Runde! Äh... Du wunderbar, ganz nice. Ich explodiere gleich. Komm her, Mann! So geil! Oh, herrlich! So macht das Spaß! Das... 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 Ne, dich zur Explosion gebracht! Ist mir egal, wer. Ich fand's trotzdem lustig. Gib her, die Pistole! Danke! Ich hab eh nur Pech, wenn ich das verwende. Darum nutze ich's aber nicht. Lass mich hier durch! Ich höre nie Geld! Also, ich hab mit 66% der Fällen Pech. Ich bin gleich tot und dann war's Reaper. Ja, genau. Ex explodiert gleich in 15 Sekunden. Ab jetzt! Ah! Warte! Da ist jemand runtergefallen neben mir. Und jetzt... Und jetzt... Wirklich nicht! Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Und jetzt... Ich... Schade. Ich glaube da steht, dass die anderen... Zahlen benötigt wurden. Jetzt gleich nicht tot, ey! Weil Snape mich getötet hat. Jetzt gleich wirklich tot, du war Snape. Ich werde sie so verfolgt, ne, weißt du? Bin ich Snowy oder was? Wenn ich, wenn ich, wenn ich explodieren, dann folge ich alle drei. Bitte, lass mich explodieren, ich verfolge ich alle drei. Bitte, na wohl, lass mich explodieren, dann sterben uns alle drei anderen. Was? Was? Oh, das ist fast scheiße. Oh, war das knapp, Reaver. Das war einfach ein Schlag. Nein, das war nur abgemessen. Ich habe ja vorhin einen coolen Raum gefunden. Da war noch niemand dran bestimmt. Lass mich explodieren. Was für ein Raum? Den mit den Triebwerken? Ja, genau den. Das ist natürlich hart. So was hat noch niemand gesehen. Da ist was explodiert. Wo denn? Ich habe ein Jetpack entdeckt. Ein Jetpack. Du hast ein Jetpack im Täter-Shop gefunden. Hier. Ich habe noch ein bisschen gehofft. Tschüss, ne. Oh, da sind ganz viele Lichter. Ja, da sind ganz viele Lichter. Ja, tschau. Tschüss, ne. Und Schnee. 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 Das Ding da ist gesprungen. Schnee ist weg. Ja. Oh, jetzt kommt man in eine andere Welt. Hier kommt man in eine andere Welt. Nee. Nee, komm mal dahin, wo du das immer hin willst. Da ist das Auto springt. Von dir selbst. Hallo. Hallo. Wieso kann ich das? Das Auto springt. Ich will damit rumfahren. Irgendwie ist ja niemand. Ja, ich bin auch anders. Ach, du meinst, ihr seid beim Tannenbaum. Wollen Sie auch mal in die Welt? Nee, da bin ich. Da bin ich. Keiner außer mir. Aber das Auto da springt. Ja, ja. Weil beim Tannenbaum ist ja das, wo das Auto springt. WTF, das ist 10 Meter hochgeschwungen gerade. Geht nicht. Wie geht das denn? Nee, klappt nicht. Das kann nur ein Traitor bedienen da. Der kann nur ein Traitor rein. Und was ist das Credo dieser Geschichte? Das können doch Indos waren. Ey, warte nicht, mich töten. Nein, 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 hatte ich nicht vor. Ich kletter jetzt hier drauf. Ich kann es jetzt gerade auch nicht. Ich wollte nur gucken, was hier so ist. Das Auto springt in die Luft und ich will mit in die Luft. Ich bin gleich tot. Oder was? Wann war? Wann war? Wann war? Wann war? Wann war? Wann war? Wann springt Auto? Wann springt? Du schaffst es wieder 10 Meter zu springen. Guck, wann war? Ich bin schon wieder draußen. Ich bin schon wieder draußen. Komm mal kurz wieder rein. Auf Wiedersehen. Wenn ich tot bin, ist es schnell. Wenn ich tot bin, ist es schnell. Na, wo lebst du noch? Er ist tot. Es leben alle noch. Nein, außer RIPA, er ist tot. Ich wacke rum. Ja, ich bin auf dem Auto oben. Nein, ich bin runtergepackt. Briegt sich wahrscheinlich gleich selbst um. RIPA, weh ist die Welt. Ja, ich bring mich nicht selbst um. Es ist ziemlich einsam hier unten. Ich will wieder raus. Ja, du bist einsam. Ich bin einsam. Lass uns doch gemeinsam einsam. Ich bin einsam in der Küche. Ich bin wieder raus. Ich bin wieder raus. Wollen wir mal alle gemeinsam zum Tannenbaum? Ich habe immer noch nicht gefunden, wo es zum Tannenbaum geht. Gerade ich. Du bist tot. Du bist der Traitor, ganz klar. Alter, das Foto hat sich gerade halb umgedreht. Komm, zeig mein Abo den Tannenbaum. Nee, ist noch tot als vorher. Nein, du hast... Nee, ist fort. Kommt alles zum Tannenbaum und zeigt mir den Weg. Genau, ich laufe gerade hinter euch. Das sind 26 Sekunden, dann ist die Runde hilf vorbei. Oh! Wann war auch komm. Nabo, dann kommt bitte zum Tannenbaum. Dann zeigt Nabo den Weg zum Tannenbaum. Wenn ihr eh schon beide seid und die anderen beiden tot sind. Warte kurz, ich muss ihn wiederbeleben, damit er mir helfen kann. Ach komm. Was zur Hölle. Ach so, sonst findest du ja den Weg da nicht hin, oder was? Was zur Hölle war das? Wow! Alter! War gerade gruselig. Ich hab' nicht gesehen, wie das Auto geflogen ist. Komm, du schaffst es jetzt zu fliegen. Los, flieg! Komm, flieg! Kein Moment. Das hast du eben auch eingekriegt. Vielen Dank. Für die Blumen. So, ich würde sagen, wir können wirklich jetzt zum... Hier, du hast da noch was vergessen. Wow, guck mal, wie es springt. Ach ja. Woo! Guck, äh, die Toten gucken mir mal zu. Jetzt gleich spring ich jetzt auch noch wieder 10 Meter hoch. Es ist eben mal bis an die Decke da oben hochgesprungen. Ich glaube, wenn man E drückt, dann springst du. Das ist wie so ein Pancho-Meter. Hier ist Pancho-Meter, wenn man tot ist. Du musst gerade nur die Tasten wieder richtig finden. Oh, endlich sehe ich den Weg zum Tannenbaum. Echse. Wow. Komm doch mal raus. Nö. Warum nicht? Komm rein. Weil ich bin doch eh hier beim Auto. Ja, aber kannst ja rauskommen. Wow, das ist gerade voll hochgesprungen. Und es springt wieder. Ist da jemand von euch Toten drin? Verdammt. Bitte geh da mal ein Toter rein. Ja, Snays da drin. Oder ist es ein Lüter? Wir haben es gleich. Kann es sich nur noch um Jahre handeln? Alter, das ist wie jetzt rumgesprungen. Ey, jetzt kommt nicht mal hier rein. Das ist schwer. Alter, das ist rumgesprungen. Wer ist da bitte bei euch? Verdammt. Wenn ihr nicht reingekommen seid, habt ihr Pech gehabt. Ja, weil das ist... Das dauerte. Und ab, Modi, bitte. Yo, ich würde sagen, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss. 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 Sag mal, wo warten ihr jetzt? Ihr könnt euch doch hier reinpauern. Wir waren auf dem Weg zum Tannenbaum. Ich habe darauf gewartet, dass du rauskommst. Und dann stirbst. Äh, ich habe doch gesagt, ich komme nicht raus. Komm, nein. Da kannst du auch reingehen. Ja, aber warum kommst du nicht raus? Weil ich mit dem Auto gespielt habe. Nicht fragen, Mann, Mann. Ich frage nicht. Was? War es denn in einem Auto drin? Nein. Nö. Irgendwer hat das Auto, glaube ich, gesteuert. Was? Oh. Wer ist unser Lügenbaron? Ja. Wer ist der Lügenbaron? Okay. Ja, ist es. Ich weiß zwar gerade nicht warum, aber ich sag ein Abo. Der fällt nichts ein, was irgendwas wertvoll. Ich würde, äh, Banwar sagen. Nee, 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 nicht Banwar ist der. Nee, ich habe nicht gewiss, ich bin. Hey, geht's ja lang, ein Abo. Nein. Nein. Hey, ich fliege über die Welt. Ich war hier zuerst. Fisch. Wallfisch. Wallfisch. Ey, du kommst... Alter, bist du da durch? Weggedrängelt. Ich bin da versperrt. Du willst mich nur wieder als erstes killen, das finde ich nicht cool. Ey, du hast dir eine Dragon Digi gekauft. Warte, ich muss nachladen. Wuh. Sechs HP, alte Späde. Wo ist Navo denn jetzt? Ach, komm. Holy, wie Dragon Digi, Navo. Wo denn? Alter, was denn? Alter, was? Was rausst du da vor meiner Leiche? Ich freue mich auch die ganze Zeit. Sieht ihr das? Ja, stopp. Oh mein Gott, now we're die Niedel hinten. What the fuck's safe? Nein! Oh, nicht so. Navo. Machen wir nicht einfach dann alle, weil wir keine... Ja, das kommen auch alle. Was hab ich denn noch nie gesehen? Das ist mir neu. Train hört sich gut an. Die hier wollte ich immer noch mal mit... Skyland, 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 komm. Die haben wir noch nicht in der Aufnahme gespielt, kommt. Wann war, wann war, Skyland? Wann war. Ich will für neue Karten immer. Ja, Skyland ist neu. Ja? Die ist neu, die haben wir noch nie mit vielen Karten gespielt. Die haben wir bei uns nie gehabt, die hatten wir hier einmal, aber das war... Da haben wir nicht aufgenommen, weil wir zu wenige waren. Da warst du nicht da. Oh, meine Aufnahme läuft noch.